hinterzeit muss aber auch nicht sein aber ich will mir jetzt mal auf alle fälle noch ein Starlily auf alle fälle also gleich am besten zwei damit wir da irgendjemand vielleicht sogar entwickeln könnten das wäre ja richtig nice die hat mich so dermaßen voll weißt du wie sehr mich das interessiert gewonnen ich würde sagen oder haben wir nicht vielleicht sogar noch ein paar Starlilys da noch öfe im Endeffekt könnte man auch erklärt 17 ja bewegen den bewegt man den bewegt man ja den scheiß drauf und nehmen wir gleich den ÖV auch noch mit ne sicher ja Kadabra sorry bro jetzt wo ich sie ihm so lange gesehen habe können wir jetzt leider nichts machen mhm seit ich frage ob es jetzt zählt weißt du was ich meine weil im Endeffekt das zweite Mal wäre es jetzt gewesen und könnte ich egal wie oft ich sie sehe egal wie oft gefangen ok Luxem tipp so bestimmte Wärm, schön und gut. Schön und gut. Alle müssen wir jetzt schauen, dass da eine Lilly... Ja, zählt. Passt. Nice. Nice, nice, nice. Na gut, dann würde man sagen, hätten wir mal mit der Tante da. Hmm. Das rote E-Licht, das erschein' ich. Pssssss, wieder mal in der Mission, was man annimmt und... Ja. Ja. Aber ich zeig mir, ich zeig mir das aber an. Hat die uns ein Plätzchen verraten, wo es sein könnte, oder was? Was weiß ich mir. Was, da müssen wir nur noch besiegen, etc.? Was? Was? Da müssen wir nur noch besiegen, etc.? Oder entwickeln und dann kommt noch der Scheiß, dann kommt noch... Ja, super. Ich muss schon wieder mal abzahlen, leck mir am Arsch. Ja, ohne Spaß, leck mir am Arsch. Boah, was ist da auch. Du, 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 du... Der andere braucht schon noch ein bisschen beim Leveln, das könnte man schon... Oh ja, der andere braucht schon viel, beim Leveln. Ich habe gemusst, dass der jetzt gleich in die nächsten paar Minuten ungefähr fertig ist mit dem Leveln sein. Aber auch noch gut. Also für die Entwicklung halt. Können wir jetzt eher weniger vorstellen, wenn er gemusst wird. Jetzt bin ich aber gespannt. Ah! Okay, einfach auf Untersuchten, etc. Ah, da haben wir gleich Holz. Nehme ich gleich mit, für alle Fälle. Man kann ja nie wissen. Waa... Oh! Gah! Pamflam! Und ich... Pamflam! Mhh! 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 Ich habe nicht verstaubt da was. Und ich... Also ihr Licht, ich habe wirklich gedacht, ihr Licht, ihr Licht. Aber das habe ich mir jetzt nicht gedacht. Die haben einmal einen sanften Ruckzucki. An ganzen sanften. Mhhhhh! Mhhm... Im Zucht bekommen wir den Samm der Habara! Und ein klein P convictions! Ja, machen wir gleich das! Ja, machen wir gleich das! Wir können jetzt... Ähm, ja, ich würd gern den Pokéball aktivieren, aber unchain it! Du musst ihn nur separat aktivieren! Er hat einen normalen Pokéball, und er verdient keinen Superball, er verdient keinen Superball, der Haberer. Geil, geil. Das ist ne geile Mission. Es wirkt jetzt so wie der Flanks am Tag, oder? Kennt hat schon langsam mal so eine Lili rausgekommen, Kennton, Kennton. Es ist sehr verdächtig hell für Nachts. Also, sagen wir zu, langsam mal rausgekommen, das eine oder andere ist dran, irgendwie. Ich tun's also spätestens, wenn ich wieder zurücklaufen bin, wahrscheinlich. Wenn er wegläuft. Wenn er wegläuft, bin ich am Arsch. Aber das zeig mir nicht. Ich seh schon Level 10, oder was? Mit Level 10 weglaufen, wie ne scheiß kleine Pussy, oder? So mies. Mit einer Hälfte, so, Haft und so. Siehst du das vielleicht von Weit nicht, dass da eine Lili da in der Nähe ist? Lass du sie mal. Ja. Da müsste es normalerweise auch aus der Lili sein, oder? Ja, da. Ja. Mhm. Wenn ich pechere, kommt vielleicht der andere andere dazwischen. Aber wenn ich wirklich pechere, bist du etwa des... Etats? Zeig können. Nein, ich mach da gleich Schlammerer. Das geht, wenn ich wieder nix. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh Gott. Oh, fliege weiter. Ich hab's ehrlich gesagt, Bro. Ich hab's nicht richtig feilig. Kommst du so vor? Da gibt's jetzt... ...irgendwie mehr... ...elche... ...Pokémon. Wie war's denn? Irgendwie schon, gell? Irgendwie schon. Ich hab's verschabbrochen, gell? Ich hab's nicht so. Du hast schon Schlimmeres erlebt, Havara. Du hast schon Schlimmeres erlebt. Irgendwo in dem Bereich ist dann eh wieder ein bisschen Star-Lili. So ein bisschen weiter fuhrn, gell? Wenn der Berg wieder beginnt. Hi. Ja, wie er schon fliegt. Ja, der fliegt ja eh gleich. Es ist so wurscht. Ja. Es ist so scheißegal. Der hat sich eh schon so bewegt in die Richtung. Glaubst du, bleibst dann stehen und will doch kämpfen? Na, auf alle Fälle. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, wenn wir schon dabei waren. Geh'n dir. Na ja, jetzt wieder auf 31er wieder erstecken, gell? Wir teilen. Teilen. Es steckt ja wieder dabei. Ah. Eie Scheiße ernst. Kannst nicht einfach einmal kämpfen. Ohne dass es das scheiße WC ist, dass man fliegt. Und der wird natürlich auch wieder fliehen, weil der eh schon unterwegs ist. Tarn. So, zache, jedes Mal. Jetzt hält's meinen Kopf und jetzt wieder jedes Mal. Jedes Mal musst du einen Überraschungsmoment machen, damit der ja auch Schepard steht bleibt. Aber dann kann's vielleicht wieder sein, dass ich so blieb. Jetzt muss ich den jetzt ja recht, ey. Da gibt's keine Lili bei dem. Oh, er darf fahren. Na, ist dann wieder scheinbar. Warte, oh. Ich glaube, wir brauchen genau drei, glaube ich, brauchen wir. Das ist das Problem. Wenn's jetzt fließt. Ich denk's mal, wie? Das hättest du mir jetzt erklären müssen. Oder. Von hinten gepackt musst du sehen es. Na. Uh, nur eins. Nur eins. Sehr gut. Sehr gut. Ja. 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 Hier. Ich bin jetzt schon. Ich bin jetzt schon mal. Ich bin jetzt schon mal auf dem. 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 Jetzt müsste man eigentlich nur noch schauen, dass der sich entwickelt. Aber bei zwölf. Ich hab' den sich nicht. Ich weiß nicht, der Havra. Was heißt, der Perfete oder bist du jetzt komplett lebt, oder was? Da, 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 da wächst einmal gar nichts. Da wächst einmal gar nichts. Lustig. Aber hey, wir sind relativ weit gekommen jetzt eigentlich. Ich bin schon definitiv zufrieden. Was heißt, dein Pokémon? Was heißt, der Havra? Wie viel noch? Warte, ich hab da relativ bisschen mehr geleistet als nur eins, gell? Also, ich hab da fast ein Pokémon fertig gemacht, gell? Also, ich wollte es ja nur mal gesagt haben. Arschloch. Richtiges Arschloch, ich sag's dir. Aber nur ein Tegel. Aber ja. Mhhh, hm, hm, hm. Ab ins Dorf. Aber kurz zu wissen mit den Mietlings. Mit Kies. Rang. Ich bin gespannt. Naaah, schade, dass ich das Reite nicht aktivieren kann. Ich wollte es mitten im Dorf aktivieren. Alles gern. Ja. 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 Jetzt kommt ein Programm mit. Was ist jetzt wieder so falsch? Bin ich jetzt schon wieder falsch? Ach, da haben wir es. So, ich muss jetzt nicht unbedingt mit dem netten Herrn da interagieren, aber ich würde mal sagen, gehen wir mal schlafen, Hauber. Oder kann der das überhaupt nicht? Also nicht mehr schlafen, liegt bei dir daheim. Kann ich jetzt ernsthaft nicht die Mission beenden? Ernsthaft, Iggy, ernsthaft. Zeig mal, ich halte die nächste Hütte. Würde mich jetzt aber interessieren. Vielleicht sind wir auf und nur in der falschen Hütte, die was leer war. Schauen wir eigentlich irgendwie wie die gleiche Hütte aus. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen, ganz, 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 ganz kleines bisschen. Unsicher. Sehr, sehr unsicher. Das ist jetzt schon wieder anders, das. bis am abend die bis am abend damit mit der er endlich sein können das ist das du rote ihr euch dies oder ich hoffe die deporte checkt es jetzt dann aber weil ihr zu viel relativ für die rat noch gar relativ gut oder mein letztes entweder raus geht es mir jetzt dann den 31er gibt es jetzt zwar ehrlich gesagt nicht wirklich nach abend aus aber das ist jetzt nicht zählte aus habe ich nicht nachts gedrückt gedrückt ich habe nachts gedrückt draußen schon so relativ nachts das unterschied zwischen abend und nacht es werde dunkel ja da sind 100 prozentig dunkel aus aber es ist dunkel das ist gleich wieder hell ist oder oder muss gleich laufen muss gleich marathon laufen und da bin ich bei der alten da auch kommt alles klar also wenn es mir jetzt nicht sagt es ist nicht dunkel genug ich zog da aus ich glaube ich zog aus wenn die mir jetzt nur beginnt ist es nicht dunkel genug es ist jetzt auch endlich kapiert na schau und wie und wie die wägel aber wegläuft kleine pussel oh sehr schön könntest du jetzt eigentlich quasi so ausnutzen schon irgendwie nicht nur damit ich schneller nur damit ich schneller fertig bin nee nee besser nicht besser nicht Leute dementsprechend hätte ich gesagt gehabt haut ran bis zum nächsten mal tschau tschau